Ich mache Pizza-Waffeln in Form von einer Mickey-Maus für unseren Sohn. Als allererstes habe ich Eier, einmal in den Mixer gemacht, Milch, Trockenhefe, Olivenöl, ein bisschen Salz und Mehl. Das Ganze habe ich dann zu einem Teig gerührt. Dann habe ich hier Trockentomaten mit reingemacht in den Teig und einmal Schinken und Streukäse. Das Ganze habe ich vermengt und Oregano. Dann war der Teig auch schon fertig und dann habe ich auch schon so ein bisschen Sonnenblumenöl auf das Mickey-Maus-Waffeleisen gemacht und den Teig reingemacht. Und schaut mal bitte, es ist einfach so gut gelungen. Ich habe auch probiert und diese Pizza-Waffel schmeckt nicht nur Kindern, sondern uns auch.